Hoi, wir sind vom SuperDuperMarkt. Ich habe die Spiele kurz passieren müssen mit meinem BigBall, weil ich das Gefühl habe, dass gleich was abgeht hier. Ich habe Jericho in meine Linse schauen sehen, dahinter drei Typen, also kann es sein, dass wir gleich in Action reinhupfen. Mal schauen, mal schauen. Was schießen wir? Ah, hier, ein Raider. Nein, es ist ein Raider. Gegen alles andere, was hier gibt. Und ich habe dieses Ding bekommen. Ist ja gar nicht so gut. Ich dachte, das ist besser. Oh je, habe ich meinen anderen Schrott verkauft. Hm, Mist. Wo ist der Augenblatt? Hier, Gratis-Erfahrung. Ach, da ist es getrunken. Gratis-Erfahrung. Zwei Stück gleich. Eindeutig wert. Okay, wo, wo wollt ihr hin, Jungs? Das sind doch andere Leute, wie die Letzten, die mit mir fighten wollten. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten. Kümmern Sie sich um Ihre. Tja, ja genau. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten. Kümmern Sie sich um Ihre. Feuer! Oh, Jericho glätscht den Boden. Oh Gott, sind wir ein bisschen überpowered. Also, dass er dreimal gerade an dem Schuss. Okay. Dafür ist Batz auch gut. Jericho bei der Farbe zuschauen. Was für ein schöner Tag. Komme ich raus hier wieder. Ähm. Okay, okay. Sehr cool, sehr cool. Blei Rohr. Oh ja, das brauche ich. Söder. Nicht wirklich wert, zu viel Gewicht. Whisky lassen wir hier. Abgesägte. Schrotpatronen. Das brauche ich. Wer lebt hier noch? Du. Oh, Jericho. Hey, Bro. Was geht ab? Ange. Wollt Sie mich verhallen? Oh. Kampfmesser-Session. Das habe ich gerade verkauft, denke ich. Immer. Schön auf Teriko schießen. Ja, Tonnen Schädel. Das weg. Ah, jetzt habe ich das Bier gelotet. Wertloses Bier. Ist wahrscheinlich warm auch noch. Ih, geht. Ich habe einen Boden damit. Okay. Super duper Markt ist ein Run. Ich probiere ihn mal Stealth, aber ich habe Jericho mit. Ich glaube, das wird nicht Stealth. Ich bin halb müde. Und das ist eine gefährliche Kombi. Vorsicht. Noch was gelebt hat. Ein weiterer Ödländer. Okay, schauen wir mal, wie wir es darf hinkriegen. Jericho. Sehr schön. Oh, das hat mich geschreckt. Das hat mich geschreckt. Okay, ich weiß nicht worum, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich das auch in Stealth hingekriegt habe. Wollen Sie mich verarschen? Okay, die war fest von Arsch. Und wir sind im Gefängnis. Das hat noch nicht einmal wehgetan. Rennt mir einfach mal in den Lumpster. Sehr schön. Sehr schön. Weitere 10 Millimeter. Apparieren sie die miteinander. Okay, dieses Ding ist echt für nichts. Das kann ich gleich vergessen. Ich werde das bin zu leiten. Nein, bitte nicht töten. Das ist ein kleines Mist. Ich bin dran. Komm her, komm her. Jetzt sollte ich mehr Stimtex reinbühen. Okay, wo sind die Steampacks? Uh, wir haben viele Sturmgewehrle. So, jetzt gucken wir uns die Steampacks. Mal der Kuchen. Und gleich jetzt war's, für mich nicht auf seine Seite zu deputieren. Jetzt vielleicht auch nicht. Das war gleich schon mal ein fetter Error, der mich viel Leben gekostet hat. Steampacks und alle nur verkohlen aus dem Knustrigei-Schweinchen. Das schiesst mich an. Au. Das kostet euch schon viel zu viel Steampacks. Die Steampack und... Mal dann, Rupfer. Es tut mir leid. Bitte, hat doch nur Spaß gemacht. Ich schwör. Mal nun, Brankful. Fahrlich. Dann viel gute Loot. Das hat gerade extrem hergeblendet. Ich weiß nicht warum. Oh ja. Nein, lassen wir das mal nicht knallen. Ich kann das, warum Korkamine, aufsperren. Mit einem Dietrich. Meine Stimme ist gerade abgekratzt. Ja, ohne Jericho wäre das schon ein bisschen harter gewesen. Ein bisschen harter. Ich glaube, ich brauche die Schallgedämpfte gar nicht. Ich schau mal lieber, ob ich das aufwecken kann. Wer liebt hier? Oh, ein Bett. Schaut gemütlich aus. Wir legen uns rein. Warum nicht? Warum nicht? Leidung. Leidung. Wir nehmen alles mit. Über die 10 Millie. Oh, Minim. Gleiche Raider. Ja. Das sind andere Raider jetzt, oder? Nein. Nicht schon gedootet. Ja. So viel verdammt geile Loot. Und Spielzeugautos. Yay. Und gleich wieder belastet. Wartet's ab. Ich hab' Wapp. Nichts ab. Milch am Boden. Aus meiner schweren Hoden. Und aus Stahl. Das schaff' ich. Wie gesagt, das schaff' ich. Ich dachte kurz, was Explosives kommt. Gleich. Soviel Pferd. Ich hab' noch immer nicht nachgeschaut, wo das Gleisgewehr liegt. Oder die Pferdbistole. Keine Ahnung, wie die herrscht. Hm. Warum nicht? Leidergüttel zum Ausbreitung für Tyrico. Wir sind zurück. Jemand muss... Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, ich schaff's sogar. TLS. 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 Persönlichkeit wird geladen. Eine Jutonbombe. Bürohilf, natürlich. Kommt aus der Lunchbox nichts raus? Nein, ich dachte da kann ich. Hm, wurscht. Mein Altmetall nicht verkauft. Mist. Okay. So viel Sturmgewehre und ich kann mein Chinesisches nicht reparieren. So, dann nehmen wir halt mal ein normales. Chinesisches schon fast einmal. So viele Bildschirme. Jagd dahinter. Fliege. Moment, ich muss nur mal kurz zu Atem kommen. Okay, halte mal. Nimm dir ne Zeit. Wie ich verrasche. Warum denn das ist sicher schon ausgetrunken alles hier? Das ist super Freak. Ah, ich muss noch nichts machen. Oh, was haben wir hier? Nuka-Cola-Vorrat. Nice. Das ist die Medizin, die wir alle brauchen. Nuka-Cola. Wenn die ne voller Serie machen, was auch schon kommen wird, werden sie dann Nuka-Cola reinführen? Oder werden sie sich von irgendeiner Filme wie Coca-Cola kaufen lassen und dann Cola statt Nuka-Cola einführen in die Serie? Das kann mir ja auch passieren. Oh, da draußen wird gefeiert. Nuka-Cola durch ne echte Filme ersetzt wird, damit die Oblisse die bekommen. Das können wir nicht kommen. Ich glaube sogar, nein. Das brauchen wir nicht. Na los, jungs. Frisch. Frisch bleiben. Oh. Der ist doch schon tot, Jericho. Der Freak. Spülen hier nicht gegen Zombies. Sadistenrüstung. Ja. Und dann. Mist. Weg damit. Wo ist mein Roboter? Das ist nicht überlebt. Oh, nein. Wo ist mein Roboter? Alt-Metal. Gut. Jetzt muss ich mir merken, dass ich das in den Wald reinstecke. Ich will mir in diesem Spiel nicht das wahre. Aber der Tipp wehrt sich auch gerade gar nicht. Ah, jetzt doch. So. Nein, nicht den. Wirklich. Das ist der Stimmelungsberg. Einfach zu krass. Da kriegt auf irgendetwas Platz. Naja, wir sind ja schon ziemlich durch hier. Die Regale, da waren nichts Wichtiges. Hier ist noch ein Raum. Toiletten können wir noch decken. Kühlschrank. Was essen wir davon? Wie viel Platz? Ja, 40. Also, wenn jetzt noch was Wichtiges ist, muss ich mehr wegessen. Mehr wegessen. Mutziges Hose. Oh, die wiegen wir dann nicht. Leere Whiskyflasche, das zählt nicht aus Medizin. Ah, eine Laserpistole, die kann ich verkaufen. So viel zu verkaufen hier. Okay, wie viel Gewicht? 44. Kann ich was reparieren noch? Eine Bleiröhre. Oh ja, das hilft sogar. Mutziges Hose. Mist. Oh Gott. Oh nein. Hm, ich könnte noch mal zurückgehen. Okay, wo ist die andere Laserpistole? Ich glaube, jetzt viel Geld, wenn dann. Okay, Toiletten gibt es noch. Das ist der zweite Eingang. Da gibt es sicher noch Coca-Cola. Nein. Da sitzt man in der Mühltone. Das wäre noch Coca-Cola. Wo kriegst du denn her? Irgendwie schau ich noch mit einem Psychopathen aus. Im Spiel auch. Ich hab ein bisschen geschaut gerade. Oh. Hm. Hm. Mist. Ich geh damit. Kann schon mit schwumm geworden. Dealnet. Oh ja. Vorher kriege ich das Geld. Wir sind wieder flüssig, jetzt haben wir echt mal gute Loot und viel Loot, ganz viel Leid für fast alles was das Spiel mir entgegenwerfen kann, bis auf Deathcrawls, zuvielte Ghoulas, zuvielte Mutanten, zuvielte unreine Toiletten, nein ich will keine Toiletten mehr putzen. Wo ist der erste Hilfekasten? Oh, die haben wir in der Toilette geschlafen. Ja, hier sind die Junkies in den Toiletten, natürlich wo sonst? Wir haben hier unten ein Shitpacket, geblendet Katapultchen vom Licht von draussen, hm nicht cool war das? Okay, hier ein bisschen schlafen noch, in der Toilette eine Stunde, ein kleines Nickerchen. Hm, wir sind bereit für fette Challenges, Kampe. Und da sind wir drinnen, überhaupt 20 Minuten? Wenn wir noch mit Oma Sparkle reden, ist es schon wieder dunkel, verdammt. Wir sind nicht da, wenn es dunkel ist. Ah! Gehen wir rüber einfach mal. Schauen wir rüber zu Oma Sparkle. Hm. 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 Wollen wir da eine Nahkampfwaffe draussen? Die sind nicht mehr gruselig. Ich kann nicht mehr Feuer schreiben. Ah Mist, vergessen. Ah. Ich bin so voll. Ich hab schon lang niemand mehr aufgeteilt. Ich hab schon lang niemand mehr aufgeteilt. Und man hat das Ding Schaden gemacht, ich wollte gerade sagen, die sind ja nutzlos. Nutzlos. Und dann kriege ich doch auf die Fresse. Stärke, bloß 4. Ich habe jetzt auch mal Spocker. Wir haben Reader zu nach. Was es noch nicht los? Ich kann ja keine Stärke, bloß 4 mehr kriegen, ich bin ja schon auf Stärke 9. So läuft das anscheinend. 22 Minuten. Wir könnten einfach reinbrechen, warum man Sparkel. Das dritte Mal, dass ich schon versuche mit dir zu reden und es ist immer Nacht. Achso. Wenn wir mal rein Sparkeln. Ist gerade rausgegangen. Krass. Krass. Einfach krass. Okay, Whisky. Yes. Gut, gut. Krass, dass ich reingehe und ziehe raus. Oh, mein Sparkel. Oh, mein Sparkel. gut. Ja. Ja, ja. 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 Ich weiß. Gefällige Dinger. Mhm. Mich zu jagen. Das höre ich immer gern. Zeigen Sie mal, was Sie haben. Deiner gestohlene Ware. 25. 25. Oh boy. Du bist arm. Ah. Mist. 5 Kilo. Ah, ah, ah. So heavy. Ach, nehm. Das nehmen wir extra. Wir werden uns alle bald wiedersehen. Ja. Ja, natürlich werden wir das. Natürlich werden wir das. Ich kann mir nur sagen, wiedersehen. Dann sind wir die Loot. Auf dem Dump. Oh. Oh. Was tue ich? Ich habe hier Jericho dabei. Wo ist er denn? Ja, was denn? Ich kann Ihnen meine Rausrüstung geben. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Ah. Oh, ich habe gerade umsonst an sie verkauft. Ich darf Ihnen nichts von diesen Sachen geben. Ah, perfekt. Ja. Stürzen wir uns in die Action. Ja, ja. Was für eine nette Frau das war. Oh. Ach du. Hm. Hm. Okay. Okay. Warum stehen wir hier rum, wenn es überall jede Menge Action gibt? So viel Action überall. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Hm. 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 Wir nutzen wir uns in die Action. Ja, Action. Ja, Action. Du hast die Oma Action gerade verpasst. Ah. Ah. Ich habe so viel mit Oma. Zeit mit Oma killen verbraucht gerade. Hallo. Was geht's? Ach, ich bin mitten in der Nacht wieder. Verdammt. Goddammit, Moira. Jedes Mal. Jedes Mal ist es Nacht. Ja. Ah Mist. Kann ich verkaufen und das in der nächsten Folge machen? Hoffentlich haben Sie Krebs. Denn so wie... Ja, ja. Ich weiß. Du bist ne coole Saw. 600. 32. Das wird 4. Das wird 4. 3 Euro behalten wir. Jagdpinte. Jagdpinte. Weg damit. Weg damit. 032. Weg damit. Hm. Kampfmesser. 1 mal. 11 Schaden. 032. Ok. Soviel Kleinkram. und dann hat der Typ neben mir auch noch Haufen Weiß. Moni, die wir nicht brauchen, Energiezellen, Milioton-Bombe. Das war zu viel. Sind Sie fertig? Ja, ich bin fertig. Ja, du mich auch. Du mich auch, okay. Ist es schon Tag draußen? Nein, nein, ist es nicht. In der nächsten Folge machen wir mit Moro weiter. Super-duper-Markt-Folge vorbei. Ja, ausgezeichnet. Peace out, boy out. Ciao. 定位. Untertitelung des ZDF, 2020